Hi, Wieshaus, Michael hier. Heute machen wir witzige Geräusche nach. Also da haben wir zuerst einmal meine Oma. Ich hab mein Wein, ich hab mein Wein angebaut, du undankbarisches Kind. Und ein anderes witziges Geräusch wäre... Schreibt es in die Kommentare. Hier habe ich ein witziges Geräusch. Stefan, wenn er redet. So, und ich schaue, dass ich jetzt mein Gratis-Essen abhole und einen Vlog heute. Ich habe einen Weg gefunden, wie der Speicherplatz eigentlich wurscht ist. Ich mag das Shirt. Danke an Herrn Schwarzmann.